Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir waren etwas über die Entwicklung zum Erlebnis wachsend. Mr. Turrini und ich haben uns soeben darauf verständigt, dass wir ab heute Mitternacht, ab heute beginnend Mitternacht, keine Waffen mehr in der Stadt Prisseren getragen werden dürfen. Weder von der KLA, noch von irgendeinem anderen, sodass wir damit die Handhabe haben, auch allen die Waffen abzugeben. Wir haben die Handhabe, dass wir die Handhabe haben. der die Kfors nicht der Kfors bekommen. Nur in diesem Fall ist die Sicherheit. Die Kfors sind in der 1.000 Kuppe. Die Kfors sind auf dem Weg. Das ist ein sehr vieles. There were people in the building who were wounded, who were injured, Und dann haben wir einen 70-jährigen Mann verabschiedet. Er war tot. Er war blöd. Er war blöd. An dieser Stelle können wir nicht sagen, ob er blöd hat.